Was macht der denn hier? Der macht alles kaputt. Scheiße, laus. Das ist ein Blödenzahn. So. Hilfe. In der Haus, was einem Laser schwächt. Oh Gott. Oh Gott, ist drin. Die stirbt nicht. Das fanden die wohl nicht so lustig, oder? Greifen die jetzt an, oder? Ja. Eine Samtmilbe. Samtmilben greifen an. Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ich bin Grounded. Mit Fjolnir. Moin. Schmidi. Buhu. Auf Wiedersehen. Hallo. Und der Floggy ist auch immer dabei. So, wen nehmt ihr denn? Wie kann man denn? Kann man auch die gleichen nehmen, oder was? Kann er auch. Wenn ich jetzt mal Max nehme, kann da wer anders noch Max nehmen? Ne, der ist blockiert. Oh ja, okay. Okay. Ist mir eigentlich auch egal. Ich nehm Willow. Hey, ich bin Willow. Willow Brand. Nicht Pete. Wen nehm ich dann wohl? Ups. 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 Alles klar. Dann mal los. Spieleinstellungen hatten wir jetzt irgendwie Mittel, hatte ich gesehen, ja? Ach so. Hat er gar nicht beachtet? Nee. Der Mittel ist so gut. Guck mir so vor, da kann man so hoch springen. Ja, stimmt. Ziemlich, ne? Ich weiß ihn nicht. Boah, ich hab mich in den gleichen Kopf gestoßen hier oben. Hast du Schaden genommen? Nee. Hier sind aber fünf Päckchen. Päckchen? Äh. Stimmt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. Ein Päckchen. Aha. Wer weiß, was da noch kommt. Geht einer. Also hinten geht's nicht weiter. Und das Sound ist ja ganz nice, ja. Oha. Ist ja genau ganz mitsch draußen. Oha. Oh, wir haben... Das tut weh? Ja, tut weh. Hä? Das war keine Absicht. Natürlich nicht. Wenn die Feier ist unten. Das Kontroll ist kriechen, sehr gut. Hier kannst du schon das erste looten. Pflanzenfaser. Hä? Links ist ein Baseball. Alter. Kastik. Holdo. Das ist gut Survival-Advice. Das Baseball kann ein Stein sein. Ach so, das leuchtet so ein bisschen, was man auch sammeln kann, ja. Das Gras, da brauchst du eine Axt, glaub ich. Das sieht so aus. Hier gibt's auch einen Sprössling. Jo. Noch einsammeln. Wir haben einen Stein. Möchtest du euch gleich mal einen Kopf werfen? Ne, werfen geht nicht hier. Da kannst du an, ob es einschlagen geht aber. Also das Wasser hier aus der Pfütze ist trinkbar, aber es steht eklig, das Wasser. Warte mal. Smitty. Alter. Oh, was heißt... Oh, doch kann man doch schmeißen, die Steine. Ja. Hör auf. Ist kein Spaß. Schlagen kann man auch. Ich nehm gar nicht mehr. Das ist mal einer tot hier. Okay. Was haben wir denn da? Meldung? Was piept denn hier? Geht zu dem Signal. Bis zu seiner Quelle nach. Gibt's Saft? Oh, ich klettere mal hier hoch, hier kann ich hochklettern. Oh, kannst du auf den Ball. Tatsache. Echt? Oh, hier gibt's was. Ach so. Hier gibt's so. Bei den großen Pilzen gibt's kleine Pilze. Du siehst aber nicht viel. Ne, tatsächlich nicht. Außer, dass du im Garten bist. Ja. Am Haus. Und hier steht irgendwie... Ja, Gras. Gras kann man wohl nicht. Mit irgendeiner Maschine. Einen Laser. Du brauchst so eine Axt. Das benötigt ein Hackwerkzeug. Oha. Was gibt keine Pilze? Hier war das drin. Das gibt's auch. Sammeln konntest, ne? Was hier groß bei den großen Pilzen waren kleine Pilze. Ich hatte... Nicht alle gesammelt, ne? Naja, war noch einer da. Okay. Entschuldigung. Oh, hier, kann man... Kann man... Kann man... Jegliches Wasser trinken? Ist das eine gute Idee? Mach mal. Würde es so lange noch kein Toaster sein? Lächter Kaffee? Sehr schlechter Kaffee. Oh, da geht aber die Nahrung dann runter, wenn du es getrunken hast. Ja, tatsächlich volles Rohr sogar. Hier ist Forschungsstation. Auch das ist das Signal. Oh, du hast ja sogar Anzeige, ne? Zwanzig Zentimeter? Neunzehn? Zählt, ja. Zentimeter. Zentimeter. Oh, nice. Interagiere mit dem Computer. Mach mal. Ah ja doch, also wenn ihr das macht, dann schließt sich bei mir die Aufgabe anscheinend auch auf. Ja, jo. Okay. Okay, kannst du Sachen analysieren? Okay. Immer denn. Ich habe... Deine... Pflanzenfaser. Okay. Kannst du noch mehr analysieren? Ah. Probe Wissenschaft. Neue Idee. Probe Seil. Ah, das ist gut. Dann, wenn ihr das analysiert, dann kann ich das auch machen, oder? Sieht so aus. Wie sieht es denn hier aus im Inventar? Macht der Sinn, bevor jetzt jeder einzeln alles nochmal analysiert. Datus Mutation. Okay. Ich kann dreimal was analysieren. Komm, ich mach mir den Stein mal ja auch nochmal. Gieselangst. Gieselsperr her. Gieselsperr her. Gieselsperr her. Seil? Ach, hier ist herstellen, ja. Okay. Hat nur wer irgendwas im Inventar. Ich hätte jetzt nur noch den ollen Pilz. Den kann ich aber nicht analysieren. Aber kann man noch? Das Seil könnte ich und den Stängel, den Sprössling. Ich nehme mal den Sprössling. Ja, lass erst mal den Kleinkram, den wir so finden machen, ne? Ja. Wollen wir mal sehen. Ach so, wie baut man sich denn jetzt hier so ein... Wie baut man denn überhaupt, was? Dachelsprössling und Wegmarkierung. Kieselachst. Zwei Kiesel, drei Sprössling, ne? Kieselachst brauche ich mir jetzt Kieselhammer, Kieselachst. Kann man das hier? Kann man das Gras umhauen? Kann man das Gras umhauen? Tatsächlich. Kann man das Gras umhauen? Hast du die Axt schon? Ja. Hat man nicht so viel gelootet? Braucht denn noch einen Sprössling für... Für'n Speer? Und dann kann man Grasplatten einsammeln. Die musst du aber durch die Gegend schleppen dann, ne? Ja, ich nehme sie dann mit. Vielleicht brauchen wir sie mal. Ach! Hast du heute Schulter. Aber dann kannst du doch keine Werkzeuge machen. Ne, dann hast du nix. Ach, kann man auch wieder ablegen. Okay. Den Dings kann man auch noch mal kaputt hauen. Wo bist denn das? Ah, okay. Dann kriegst du ein Dach raus. Ah, Pflanzenfasern. Ah, Pflanzenfasern. Stenkelfasern. Ne, ne? Ich bin stumpf, sozusagen. Wollen wir einen Speer bauen? Da brauche ich irgendwelche. Okay. Kieselspeer. Okay, jetzt hab ich hier sein. Kann ich auch werfen hier. Ich brauche noch Sprösslinge. Was, die Grasplatten kannst du auch werfen? Die kannst du auch immer im Kopf werfen, wenn der keinen Bock mehr, das hier zu tragen. Ich lass sie erstmal liegen. Ich denke mal, wir brauchen vielleicht einfach mal, aber für zum ersten Erkunden. Ja, wenn du sie dauernd auch unterschleppen musstest. Das ist ne Ameise, das ist ne Ameise, das ist ne Ameise. Wo denn? Hier. Die kämpft mit irgendwem. Kommt mal zu mir. Oh ja, die hat irgendwas klein gemacht, kalt gemacht da. Ja, wollen wir sie auch kalt machen zur Bestrafung? Ja, ich hab noch keinen Speer. Oh, scheiße. Ach, scheiße. Oh, zwei Ameisen schon. Oh, zwei Ameisen schon. Aber die schleppen irgendwas, ne? Die haben was in der Schnauze. Ja. Sprösslinge. Hm. Ist das ne Blattlaus oder sowas? Kleines grünes Ding. Oh. Das war so vielleicht mal in Ruhe. Lass uns mal den Weg weiter lang gehen. Wie als wir hier so mitten im Dschungel ohne irgendwas. Im Dschungel. Im Dschungel. Nein, warum hab ich denn... Hä? Was hab ich denn gesammelt? Ich hab gar keine... Kann man Sprösslinge herstellen? Nee, ne? Nee, die musst du sammeln. Äh, das sind hier die, die, die hier so... Wie diese kleinen Pflanzen. Wo hast du denn? Pflanzenfasern? Pflanzenfasern? Wie die? Beide? Was hab ich? Ah, da. Äh. Da, ja. Das kannst du hier. Guck mal die Dinger hier. Genau. Nee, halt, das ist Klee. Klee, Klee, Klee. Hier ist zum Beispiel so ein Sprössling. 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 Alter, ist ne Fliege. Hier greift mir die Fliege an. Hau mal. Ja. 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 Ja, hau mit dem Stein drauf, Alter. Du zerquetscht die. Ich kann mir noch keine Axt bauen. Mir fehlen Sprösslinge, verdammt. Hier, komm mal mit. Hier sind doch welche. Ja, genau. Alter, dann seh ich euch irgendwo, eigentlich. Ach da, ich seh euch irgendwo. Das ist gut. Alter, hier ist so ein Kasten. Das ist bestimmt die mysteriöse Maschine, die wir untersuchen müssen. Finde es was Essbares und isses. Finde Wasser. Finde Wasser. Ja, reicht das eklige Wasser? Nee, ne? Nee, anscheinend nicht. Da hab ich auch schon was von getrunken. Nur die Nahrung geht da tierisch von runter. Hab ich ausgerissen. Das ist nicht so gut. Nee. Milbenpelz hab ich jetzt im... Ich hab so eine Milbe geknippelt. Warte mal, hier hängt. Hängt so ein Tropfen. So ein Wassertropfen. Gras halt hier oben. Den kannst du vielleicht trinken, ne? Wie komm ich da dran? Wo denn? Ach da oben. Hier oben, über mir an dem Gras. Ach cool. Hau doch mal gegen das Gras. Ach, hier hängt auch einer. Wo denn, wo denn, wo denn? Naja, er fällt runter. Ja toll. Ja, bei mir zum Beispiel. Das eklige Wasser reingefallen. Hey. Ah ja, hier. Au, au. Ja stimmt, der ist jetzt... Ach, der ist in das eklige Wasser reingerollt. Na toll. Ah, jetzt seh ich ihn. Ja, ja, okay. Na, das macht ja Sinn. Und jetzt? Lass uns mal die Maschinenuntersuchung. Oh ja, was ist denn hier los? Halt hier hinten noch drauf auf der Maschine. Wie bist denn da reingekommen? Unten ist ein Eingang hier. Direkt am Weg. Wegesrand. Hier sind so zwei. Cool. 9V. 9V. R, B, Ö, Z, N, R, S, D, 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 D. Pilze wurden mir jetzt angezeigt als nächstes. Hier oben liegen Knopfe auf der Maschine. Hä? Oder? Wie kommt man denn da hoch? Kann man da hoch springen? Ja, hier gibt's einen Weg. Man kann hoch springen und man gibt's einen Weg hoch. Schön, dass man so hoch springen kann. Schön, dass man so hoch springen kann. Ach, ja, ja, ja. Du kannst ja auch immer das Blatt hochlaufen. Oh, da kannst du drücken. Drück mal. Alter, Laser. Hä? Super, der eine Laser geht nicht und der andere ist blockiert. Muss man da noch Wasser finden? Ja, einer strahlt dauerhaft, der andere zittert ein bisschen, ne? Ja. Warte mal, der hier durch den... Achso, doch. Ja, der ist hier durch den Blatt verbogen. Aber den kann ich schon mal freilegen. Das geht. Wasser kannst du doch umhauen. Trotzdem hau ich mal um hier. Hat irgendwo Wasser gesehen, da ist Wasser. Ich... Ja, ich muss auch mal irgendwie... Ich finde was Essbares. Ich esse jetzt mal was. Finde Wasser, ja. Ah, guck mal. Jetzt haben wir schon mal einen Weg des Lasers frei, den zweiten. Cool. Brauchen wir nur noch gucken. Oh ja. Ich bin in die Maschine reingefallen. Da kommst du ja wieder raus. Unten ist ein Ausgang. Ja, hier ist ein Ausgang. Hab ich mir ja auch noch nicht angeguckt. Mal sehen, ob ich mit der Axt auch ein paar Kabel hier drin kaputt hauen kann. Okay, gibt's hier auch. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn die Laser an sind, hier schon drinnen rumzulaufen. Ja, natürlich. Nicht, dass du gelasert wirst? Solange der dritte nicht an ist, ist alles gut. Willow hat Schaden genug. Es mutsch. Äh... Finde heraus, was den einen Laser schwächt. Äh... Oh ja. Alter, diese Fliege, ne? Ah, okay. Klee, Klee, Kleeblätter kann man auch machen. Wenn du mit dem Klee rumhackst. Ah! Ich hab ne Fliege gekillt. Ich kann jetzt aufsammeln. Okay. Was gibt's? Was war das denn? Großfels und großes Fliegenfleisch. Neue Idee. Ausgestopfte Fliege. Ja, super. Das trockene Gras kann man auch weghacken. Wenn ihr mal ins Inventar guckt, da siehst du bei Probes Seil, bei mir zumindest, ich hab Probes Seil noch, und Fliegenpelz. Da ist jeweils noch so ein rotes Ausrufezeichen. Das sind die Sachen, die wir noch nicht, äh, Dings haben hier, äh, analysiert, oder was? Achso, stimmt. Saft hab ich auch noch, und Kleeblatt hatte ich mir auch schon eingesteckt. Ja, hm, okay. Das, konnte man nach ner Zeit, konnte man wieder analysieren, oder was, ne? Stand doch da. Ich weiß nicht, guck mal. Wie der analysieren kann. Äh... Wir müssten ja zum Laser laufen eigentlich, ne? Hauptsächlich fürs Erste. Ein Weg, ich finde. Jo. Ach, der zeigt mir hier an, wo Wasser ist. Seil und Dings kann ich. Analysieren mal Seil. Aber es sind wieder alle drei wieder voll. Also, solange braucht er nicht zum... Ach, kann's schon wieder analysieren. Ah, ja, ja. Ja, 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 okay. Wo ist denn das Wasser jetzt hin? Ich hab da hier gerade das... Das ist ein Bull gehabt, mit oben. Oben ist das irgendwie. Ach, da ist es noch. Ich hab's nicht erwischt. Da wird zwar was umgehackt, aber anscheinend das Falsche. Aber ich glaub, vielleicht müsste einer hacken und einer steht drunter. Warte mal, hängt das hier dran? Warte mal, gucken wir mal, ob das runterfällt. Das hier? Ne. Da hinten. Da hinten. Ja. Ich glaub, das hier ist es. Ja. Ah, ja. Jetzt kommt aber mir vorbeigerutscht. Ah, da unten. Nein! Ach, scheiße. Doch, ich hab's... Ach, hier ist hier, ist auch ne Fliege. Ich hab's mir gegönnt. Ich glaub's noch gekriegt, bevor's reingefallen ist. Immerhin. Hier ist nochmal. Verdrügelt sie. Oh, scheiße. Oh, schau dir, schau dir, schau dir. Oh, schau dir, schau dir, schau dir. Der Tod. Oh, Gott. Ah, da muss man auch aufpassen. Ah, sie rollt, sie rollt hier runter, ins Wasser. Ach, kriegt man die da nicht mehr wieder? Oh, was ist denn das hier? Kannst du tauchen? Ja. Hier ist sie. Fliege. Wollen wir noch aberben? Wo denn? Ja, aufnehmen konntest du. Was ist denn hier alles los? Okay. Oh, hier ist, äh, guck mal hier, dieser, dieser hellbraune Ton. Was macht ihr denn da unten? Wir schwimmen. Warum? Saft. Ich will nicht schwimmen. Ach, Schaufel. Schaufel, ne? Dann eine Schaufel. Nee. Ich glaub, eben, eben hatte ich irgendwas gelesen bei neuer Idee. Ich will was zu essen haben. Eich, Eichelschaufel. Ja, ich brauch auch Essen. Eichelschale. Tatsächlich. Hinten findet man Eiche. Hatten wir mal Eiche. Hinten findet man Eiche. Hatten wir mal gucken, was wir essen finden wir uns hier. Schönes. Hier hinten sind... Hier hinten sind... Hier hinten sind noch Pilze, ja. Hier ist ein Pilz. Gibt's beim Pilz was da ist? Da ist ein Pilz. Also bei den anderen Pilzen waren es so kleine. Es ist doch was zu trinken. Ah, Pilz. Ja, ich hab hier hinten auch. Nimm's ruhig alle mit. Ah, hier sind auch welche. Mh. Kleiner Snack. Lecker. Oh, hier hast du noch einige. Bei dir denn? Hier. Im Weg zu diesem Laser? Linksrums? Ja, da müssen wir gleich mal hin. Also ich würde sagen, wir treffen uns an einer großen Maschine, wa? Jetzt wieder? Das ist ein guter Trastpunkt, ne? Da kann man auch gut auf der Karte sehen. Müssen wir dann schon wieder was erforschen? Oh, die Karte hab ich noch gar nicht in der Karte. Es gefällt mir ja ziemlich, dass die Karte gut ist. Also das kommt mir ja sehr entlang, muss ich sagen, ne Karte im Spiel. Und man sieht euch auf der Karte, das ist das Beste. Ja, das ist doch gut. Das stimmt. Oh, hier hab ich nochmal Wasser gefunden. Hat noch wer Durst? Bei mir geht's gerade. Ne, ne, ne. Ich bin jetzt halb. Wollen wir mal zum Laser hin? Wir können mal zum Laser hin. Ja, lass mal zum Laser hin kommen. Achso, da braucht man nur hoch gucken. Okay. Das sieht man ja gut, wo man hin muss. Hier siehst du auch so, du brauchst keine Karte. Ja. Mal schön alles aufsammeln hier auf dem Weg. Jo. Weg lang, ja. Okay. Aber so im Inventar so Gewicht scheint es nicht zu geben, ne? Ist das gelbe hier rechts? Ist das gelbe hier rechts? Ein trockenes Blatt, oder nicht? Ist das gelbes? Trockenes Gras, oder was? Ne, da kannst du gar nichts mitmachen. Achso, das dann. Nicht umhauen. Gar nichts. Was ist denn das große hier? Könnte man das nicht? Hier steht trockenes Gras. Ne, das gelbe hier. Das hier, wo diese gelben Blätter dran sind. Achso. Achso, das. Ne, da steht gar nichts dran. Okay. Hier gibt es einfach so was mit rot? Oh, hier ist noch mal Wasser. Löwenzahn. Hat einer halb Wasser? Ich hab hier noch mal Wasser gefunden, einen Tropfen. Ich hab hier einen Löwenzahn. Ich bin noch dreiviertel voll. Alter, was ist das denn? Hier eine kleine Laus, oder was? Ja. Ja, ja. Die knabbert am Laser rum. Ne, das meinte ich nicht. Ich hab hier einen Blatt Laus gehabt. Eine grüne. Achso. Wo ist der Löwenzahn? Wo ist der Löwenzahn? Ah, hier. Ja, die ist... Was macht ihr denn hier? Hier, die macht alles kaputt. Die scheiße Laus. Das ist ein Löwenzahn. So. Hilfe. In der Haus, was ein Laser schwächt. Oh Gott. Oh Gott. Die stirbt nicht. Das fanden die wohl nicht so lustig, oder? Greifen die jetzt an, oder? Ja. Eine Samtmilbe. Samtmilben greifen an. Oha. Oh, ich hab hier vom Löwenzahn was gesammelt. Oha. Eine Pusteblumenblüte. Da kann man... Stand irgendwas. Da. Du hast grad einen Gleiter aufgesammelt. Da sind noch mehr. Gleiter? Was wo? Ja. Ah, den kannst du wie... Wahrscheinlich wie ein Fallschirm, oder? Ah, einen Löwenpelz. Dann habt ihr eigentlich alle schon einen Speer. Was stimmt da mit euch wieder nicht? Ähm. Dann bau dir doch einen. Wollt's sagen. Gleich als erstes mitgebracht. Und dein Inventar. Oh, ein Kiesel. Moment. Hier liegt doch... Hier liegt einer. Was wo? Wenn du vorhin nicht alle um dich geworfen hättest... Einen, den hab ich auch wieder aufgesammelt. Sehr gut. Einen mir auf den Kopf geworfen hast du. Alter, was ist denn los? Hier in der Höhle. Da sind auch noch Milben drin. Lass mal gucken, was man hier so alles bauen kann. Da müssen wir auch rein. Guck mal. Alter, ich bin halb tot. Was ist denn los mit euch? Oh. Haben wir schon Saft. Saft hatte ich schon mal eingesammelt, ja? Wie kann man denn... Das hier so hängt an... So hier an Zweigen dran und sowas. Hier, guck mal. Das hier ist Saft. Wie kann man denn Leben regenerieren? Wahrscheinlich eher schlechte Übersetzung. Wird wahrscheinlich so wie Harz sein, oder was? Mhm. Ich denke mal mit Essen kannst du bestimmt nicht regenerieren. Gesundheit und Snacks. Raserverband. Oh. Äh. Saft. Ich brauch noch Saft. Einmal Saft. So, trockene Grasbrocken brauch ich. Drei Stück. Ich auch. Ich muss hier so trockenes Gras abhacken. Ah, hier ist ja was. Saft. Was kann man damit bauen mit dem trockenen Gras? Fackel. Ja. Das war ich hab ja vor. Die Höhle, wa? Und der Joppe. Eins. Zwei. Das sieht heule witzig aus mit den Dinger. Mal sehen, so Faserverband, was der heilt. Das sieht doch gut aus. Alter, das ist alles? Fackelhammer. Ach du Scheiße. Die nutzen sich auch ab, wie gerade sie hier, die Sachen. Ah, der, der Verband braucht eine gewisse Zeit, aber der heilt immer so ein Stückweise. Wollen wir mal in die Höhle rein jetzt hier? Warte mal, ich muss noch, ich muss noch ein bisschen HP aufbauen wieder. Ach so. Ja. Müsst du mal was essen? Warum bist du denn fast tot? Ich weiß nicht. Wilden? Weide hat vorhin auf mich eingeschweckt. Ja, Entschuldigung, das war. Hast doch aber grad mal ein bisschen was verloren. Geht doch noch. Ja. Ach, das sieht man bei den anderen, ne? Was sie haben. Ja. Wenn du voll bist, siehst, dass du keine andere. Äh, ich, das hab ich, das hab ich jetzt wieder, weil ich mir grad zum Verband, äh, gegönnt habe. Ich war kurz vor, kurz vor oben. Ach so. Aber wo sie, ach ja. Wollen wir rein da, oder nicht? Ja, komm. Reicht ja wahrscheinlich, wenn einer von uns eine Fackel hat, oder? Ja. Hm. Sollte hat Smitty auch noch eine. Ah, okay. Das leuchtet ja schön. Kann man noch was anderes nehmen, wenn man die Fackel in der Hand hat? Oder ist das nur mit der Fackel? Ja, ich hab Fackel und Axt jetzt in der Hand. Oh ja. Sehr gut. Äh. Das ist ein Hintergrund. Ja, ein bisschen eklig, die Viecher, ha? Mach mal die Milben weg. Nur ein bisschen aufpassen halt, ne? Die müssen wir uns gar nicht abstechen. Ja. Kann man einen Friendly Fire auch ausschalten? Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube wieder Tote. Oder später. Oh, da kommen noch ein paar. Äh. 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 Immer mehr. Alter, ich springe eine an sich an. Alter. Alles gut. Oh, was ist denn das hier? Oh, die kann man einsammeln, diese Dinger hier oben. Und jo. Was ist die Schleimpilzstänge? Achso. Die Schleimpilz. Die Schleimpilz. Ich dachte, man ist die Milben. Ach, diese, diese, diese Leuchtedinge? Was haben wir hier? Quarzit? Hat einer schon Hammer gebaut? Nee. Ja. Ehrlich? Habe ich schon. Sehr gut. Webzeuge. Hammer. Ist aber auch hartnäckig. Kiegel und Sprössling und alles. Ich kann kein Hammer bauen. Was gibt's da? Immer eine kleine Quarzitrocken einsammeln. Quarzit. Hier geht's doch durch. Mach mal die Tür auf hier. Mach mal auf die Tür. Irgendwann, irgendwann wahrscheinlich noch mal brauchen. Weil hier vorne nicht schon mal so was zu machen? Es ist dunkel. Bleib mal mit der Facke hier. Achso. Ich hab auch selber eine Facke. Du musst doch nur geradeaus auf das Ding schlagen. Ich hab wahnsinnig kleines Süßchen. Aber wenn ich nichts sehe, das unruhig nicht mal ein bisschen. Das kann ich nachvollziehen. Hier ist noch mehr Quarzit? Weihnacht. Nimmst gleich alles mit hier. Wie ist denn das mit dem Inventar eigentlich? Oder ist was im Boden? Was wo? Da bewegt sich was. Da vorne, siehst du das? Oh ja, tatsächlich. Hier ist was. Alter, kommt bestimmt gleich was rausgesprungen. Ja, das befürchte ich auch. Ein Scab. Hier ist ein Teil im Wasser. Okay. Scab. S-C-A-B. Stimmt, ein Scab. Wo ist das? Wollen sie denn mit? Wo denn ist das? Jetzt sind eingesammelt. Kein Kaninchen steht da. Da ist kein Kaninchen. Hilfenreiter. Farbschema entdeckt. Ah, okay. Das ist glaube ich nur skinmäßig. Rein optisch. Hier ist noch mal Quarzit hier hinten. Weiter. Hier? Ja, ich glaube so viel brauchen wir. Nein, wenn die mit. Wo ist es denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo bist du da? Ah, erkennt man ganz gut, ne? Ja, das erkennt man ganz gut. Wenn wir schon mal hier sind. Aber hier ist Ende, ne? Im Gelände. Echt, geht doch nicht weiter? Reicht doch. Achso, ich höre ich auch drauf. Untersuche die mysteriöse Maschine weiter. Ah, ja, ja. Achso, jetzt haben wir die alle kalt gemacht, die hier an dem Ding waren. Jetzt können wir es ruhig zur Maschine haben. Okay. Wie nutzen sich die Fackeln so ab? Schnell oder geht? Geht eigentlich. Ja, geht. Hälfte ist jetzt runter. Na gut. Ich habe es aber eine Weile schon an. Smitty, du hast so einen hübschen Rucksack auf. Danke. Ich finde das toll. Ja. Was ist da drauf? Bisschen neidisch, ne? Da bin ich ein bisschen neidisch. Bleib mal stehen. Das ist einmal ja der Rucksack. Hehehe. Uh. Ja, ihr habt aber alle einen ganz netten Rucksack. So, wo ist die Maschine? Ach, da wird wieder angezeigt. Wird wieder angezeigt. Ich wollte kurz sagen. Soll ich mal ein paar Spostlinge hier mitnehmen? Jo. Steine weiß ich doch nicht mehr. Wo ist das hier? Ach, hier ist Ton. Oh ne, wir haben ja keine Schaufel, ne? Nein. Wir brauchen demnächst mal ne Schaufel. Da brauchen wir ein bisschen Eicheln. Oh, ich habe Wasser getrunken zufällig. Ne, das geht auch. Hängt man aber ein bisschen an den, an den Klee, ne? Alter. Ich habe hier so ne Art Musabdruck. Ah, tatsächlich. Katzenabdruck oder sowas. Was hier? Oh ja. Hund? Hund Katze Maus? Na Maus nicht. Na Maus hoffentlich nicht. Maus wäre hart. Maus wäre echt ziemlich hart. Das hier, wir sind auch überall Löcher hier am Boden. Ah, da ist die Maschine. Jo. Scheint ja jetzt alles zu laufen, ne? Ja. Alle Laser an. Die Maschine läuft. Der geht unten rein von euch. Ah, jetzt leuchtet hier auch der zweite Knopf. Activate. Oh. Warte, dann gehe ich lieber raus. Weiß nicht. Ist da drin? Loki, drück mal den Knopf. Da muss ich mal ne Fackel ausmachen, glaube ich. Noch hell genug. Soll ich aktivieren mal? Jo, drück mal Activate. Aktivieren mal. Au. Okay. Alter. Jetzt werden wir gegrillt. Zum Glück stand ich nicht auf der Maschine. Oh. 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 Kaputt. Nein. Ach, hätte uns das wieder größer gemacht? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Oder waren wir überhaupt mal groß? Davon gehe ich mal aus. Okay. Okay, untersuch die Explosion an der Eiche. Okay. Aber das ist gut, dann können wir Eichenteile sammeln für eine Schaufel. Eichel? Ja. Was ist denn hier überhaupt? Eine Uhrzeit läuft die aber auch, ne? Ne, eigentlich nicht. Es ist jetzt 18 Uhr. Wie schnell geht denn das? Weil Eichel kommt ja nicht von der Eiche, naja. 18 Uhr. 18 Uhr 21, ne? Natürlich kommt eine Eichel von der Eiche. Doch, ne? Ja, war schon klar. Ja. Hab ich schon gedacht, irgendwie nicht. Wo ist die Uhrzeit? Im Inventar. Rechts. Ganz rechts oben. Halb sieben. Halb sieben wird es leicht dunkel. Also Leute, ich hab auch ein bisschen Hunger und du isst, also. Ja, Hunger, ganze Pilze essen, ne? Ja. Ich hab keinen mehr. Ich hab eben auch eine Wecke fressen. Ach, da hat der Baum. Du hast aber Hunger, wenn du ein ekliges Wasser trinkst. Ja. Wollen wir zum Baum, oder was? Oder wollen wir erstmal verdurstest? Also ich weiß, was ist das Zelt bauen? Und? Zelt? Können wir ein Zelt bauen? Oh, ein offenes Zelt steht hier. Ich weiß nicht wie. Ach so, okay. Mal gucken. Herstellen. Kann man auch elendig viele Sachen machen hier, ne? Werkbankausrüstung, Gesundheit, Snack, Kunst. Ausgestopfte, Laus ausgestopfte. Essenszubereitung. Schön mit dem, äh, Spießgrünn. Basisbau geht aus. Basisbau. Graswand, Grasstür. Was, wo seid ihr denn? Ach da. Im Inventar bei, bei Herstellen. Nützliches, offenes Zelt ist da. Vorratskorb. Ah, okay. Offenes Zelt. Hier kannst du beim Schlafen. Die besonders... Besonders gefährliche Nacht, oh. Die besonders gefährliche Nacht. Okay. Okay, jetzt kann ich eins bauen. Jetzt kann ich das irgendwo hinsetzen. Kleenblätter. Daumenklappe. Hm. Oder ein Milbenhut. Okay. Ein Milbenhut? Ja. Jetzt kann ich hier so das potenzielle Zelt hinsetzen. Oh. Das leuchtet hier jetzt so blau. Bei... Aber dann müsste ich... Dann geh ich dran und dann kann ich das dann bauen. Dann muss ich... Ah, okay. Gibt's denn das Zelt? Hier. Ich seh's. Bei... Ach, seh... Könnt ihr das sehen? Das blaue? Ich kann's sehen. Ich kann's auch bauen. Inventar herstellen und dann unter Basis... Ne, nützliches. Aber das kann man auch wieder weg machen hier, so wie's aussieht. Zack. Das ist wieder... Ich hör hier Geräusche. Wieder weg. Wo wollen wir denn überhaupt? Ich meine... Ich hab auch gar keine Ahnung. Wo... Wo würdet ihr denn die Base hinsetzen? Ja, das Zelt ist ja wahrscheinlich als Spawnpunkt dann auch, ne? Also... Ja, wahrscheinlich als kleine vorgeschobene Base. Ja, dann hier in die Nähe von... In die Nähe von dem Ding, oder was erstmal? Von der... Von der Maschine her? Von der Maschine? Findet man auf der Karte auf alle Fälle gut wieder, ne? Das findest du auf jeden Fall wieder. Ja, warum nicht? Rein auch zentral zu sein. Wenn ich das mal... Und dann baut die da mal so ein Zeltchen schnell. Braucht jeder ein Zelt, oder? Äh... Ich geh davor an... Aus wegen dem Respawn... Respawn-Points. Ach so, ja. Dass du da bestimmt jeder Alm einzig brauch. Okay. Bei so weiter bau du doch mal dein Zelt. Ja, warte mal. Kann ich das hier auf die Maschine bauen? Ist ja dunkel, baldig. Auf die Maschine? Ja, bin schon, bin schon. Ja, dann ist das ein bisschen erhöht, ne? Nee, auf die Maschine geht's nicht. Da ist überall rot. Musst du auf den Boden setzen. So, dann setzt doch hier vor die Maschine. Setz ich's mal hier hin. Hm, zack. Und benutzen kann ich's. Ich könnte's auch benutzen. Ich auch. Ah, ja, okay. Aber Schlafenszeiten... Schlafenszeit ist zwischen 20 und 6 Uhr. Dauert noch 10 Minuten. Für Teenager, ja. 9, 8... Kann ja auch nicht schlafen, ne. Okay, wir dürfen nicht... Aber wenn... Kann das einer mal machen? Bei mir steht Respawn-Punkt löschen. Kann mal von euch einer den setzen? Habe ich gerade gemacht. Okay. Wie? Ist bei mir aber immer noch löschen. Also können wir vielleicht alle an einem Zelt spawnen. Ich denke auch. Sieht so aus. Dann bräuchte... Dann bräuchte noch nicht jeder eins. Ja, ja. Das ist dann... Night-Mode ist an. Unten steht Night-Mode, genau. Nein, Night-Mode. Kannst du schlafen? Ah, das ist das Scab da unten. Können wir auch schlafen. Ach, das ist Scab. Das leuchtet euch so grün am Handgelenk. Ja, bei euch auch. Echt? Ah! Oh ja. Die Uhr. Die sind sacht, wenn wir Hunger haben. Erst mal ne Runde schlafen oder in der Dunkelheit durch die Gegend rennen? Hm, das ist nur das gefährliche Nacht, sag ich nur. Also kann ich sagen, wir rennen durch die Gegend. Hört sich doch durch die Gegend rennen an. Waren wir jetzt schon? Ja, lass mal ein Stäfchen machen. Vielleicht heilt man ja auch beim Schlafen. Lass mal ausprobieren, oder? Okay, komm, ja. Schlafen. Guck, was passiert, wenn ihr schlafen drückt. Jemand versucht zu schlafen. Ich warte auf andere. Warte mal, das war mein... Okay. Das war mein Respawn-Punkt. Das hab ich noch nicht gemacht. Wir müssen alle zusammen schlafen. Warten auf andere. Ah, okay. Wir müssen alle zusammen schlafen. Ja, ja. Ich muss mit euch schlafen. Das Wasser hat es normal. Aber HP ist wieder voll. Richtig, ja. Oh, das war immer. Jetzt müssen wir erst mal... Ist es doch jetzt morgens, oder? Jetzt müssen wir doch auch wieder so tauen. Ah, ja. Scheiße. Ja, 6 Uhr morgens. Tau an den Blättern hängen. Ja, morgens, ne? Wenn dann tau, dann ist es ja wahrscheinlich... Der Morgentau. Und sieht einer was? Jetzt wird es halt nicht mal angezeigt, so schön, ne? Wie... Ach so. Das ist was Brotes. Was? Ach da, ja. Oh, hier ist Marienkäfer. Älter. Tropicop. Johnny hat entdeckt Tropicop Punch O. Was ist das? Tropic... Weiß ich nicht. Ah, hier. Hast du ein Bauen oder ein Ort? Ne, hier. Ach, das ist hier so ein Tetrapack. So ein Mini-Drink-Teil. Ach so. Okay. Oh, hier kann man da rein? War drauf? Oder? Ist da was für Trinken drin? Ne, aber hier auf dem Boden ist ein Tropfen. Hier liegt was daneben. Ja. Punch O trinken. Punch O trinken. Punch O trinken. Naja. Oh, das gibt sogar ein bisschen Nahrung. Ja, aber auf jeden Fall Durst auch einiges runter. Was soll ich schmecken? Hallo? Was ist denn? Komm her. Oh, wir sehen noch was, aber da müssen wir hochkommen. Da leuchtet irgendwas drauf. Was? Kann man eigentlich klettern? Irgendwie. Ne, kannst du springen, glaube ich. Oh, der Ameisenarmee. Hier sind fünf Ameisen. Oh, geh weg. Oh, die verfolgen hier einen Käfer. Oh, gut. Fünf Ameisen? Oh Gott. Ja. Aber die machen ja nichts bei uns. Ich will es mal schwer auf. Äh, entscheid nicht. Wenn sie einen anderen vorgehen. Die hauen jetzt wieder ab. Sechs Ameisen sind sogar. Da wäre er auch gekommen. Ne. Ne, 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 ne. Ich wüsst nicht wie. An den Blättern kann man ja auch nicht hochkrabbeln, ne? Irgendwie. Ne, da musst du wahrscheinlich irgendwas bauen. Gegenhauen? Ne. Gegenhauen? Warte mal. Wollen wir mal gehen mit dem Hammer? Hier ist ganz viel Klee. Was wird das? Ne, nichts. Das wird nichts. Gut, dann lass uns hier an der Orangenpackung mal unsere erste Pause einlegen. An der Punch-O? Oh, hier ist was. Hier ist was. Ja. Oh, wer geht's noch? Lecker. Das war gut. Da kommen wieder die Käfer mit den Käfern. Das ist die Ameisen mit den Käfern. Ja. So, die war das. Haben wir die Fackung draufgeschlagen? Ja, ich hab mal draufgeschlagen. Hau nochmal drauf. Ah, okay. Ich hab auch mal draufgehalten. Ja, ich hab auch draufgehalten. Mit dem Hammer. Aber da hing ja auch noch Tropfen dran. Der ist jetzt glaube ich... Ach doch, da oben ist noch was. Irgendwas leuchtet da oben noch am Strohhalm. Ja, aber der ist ganz am Strohhalm. Nee, kommt nix. Hm. Na gut. Nee, da drüber leuchtet was, ne? Über dem Strohhalm. Ja, ja, ja. Da kommst du wahrscheinlich nur drauf, wenn du hochkommst. Also nur auf dem Strohhalm kommst irgendwie. Ach so, ja stimmt. Das wollte ich mal gucken. Wartet mal kurz. Ich hatte doch vom Löwenzahn da dieses Ding eingesammelt. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr mehr sehen wollt. Von Grounded. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis denne. Tschüss. Da kommt ne Ameise.